so wunderbar hier ist ende gelände super noch nehmen schon wieder schon wieder total ätzend so dann würde ich doch sagen hier bitteschön Prozent um so Kirschbuchs Gebräu Blackheart Gebräu Bones Verbundrüstung okay also wieder mal IP so du kannst auf jeden Fall weg du kannst auf jeden Fall weg du kannst auf jeden Fall weg du auch du auch du auch du bist nämlich gänzlich unmagisch du sowieso du auf jeden Fall du auf jeden Fall keine Ahnung du bist mir zu oh nein oh nein den muss ich aufbewahren den würde ich dann nämlich jetzt mit der nächsten Stufe bekommen oder ich bin doch jetzt genau so der hier kann auf jeden Fall weg der hier kann auf jeden Fall weg der hier Schaden und Eispanzer und das hier ist weg und bei euch beiden denke ich mir jetzt einfach mal auf Wiedersehen so dann darfst du weggehen so und dann würde ich hier nochmal sagen jup und jup und dann würde ich hier nochmal angeln gehen wunderbar subdi-dubdi-wupp und Wibble Schwäber das ist natürlich auch eine Möglichkeit die Zeit zu vertreiben bis das Haustier wieder zurück ist Schwäber und noch einmal und wunderbar okay dann düsen wir hier mal ein bisschen weiter ausgezeichnet okay da hinten ist wieder so ein so ein Dingens da laufen wir jetzt mal hin ja wunderbar verschlossen dachte ich hätte einen goldenen Schlüssel bekommen so naja wir schauen uns hier noch ein bisschen um auf der Insel bevor wir die Aufgabe erledigen so dann wird es ja da lang gehen schon wieder ich kann nicht mehr tragen okay dann schauen wir mal wieder was wir hier loswerden können den können wir loswerden den können wir loswerden den können wir loswerden den können wir loswerden der ist zu weit tierabzeichen 73 körperpanzer statt statt 64 wird Gesundheit für Meister bei Tier gestohlen Rüstung pro Treff um 18 verringert ja machen wir doch mal so warum auch immer den will ich behalten Begleiter Begleiter Eispanzer und Eisschaden nee kann weg Körperpanzer nee kann weg der darf mal hier bleiben so Ringpanzergürtel aber insgesamt überzeugt er mich nicht ja das ist eh nicht meins das auch nicht und das auch nicht so dann will ich dich mal nehmen dich dich und dich so dann darfst du wieder weg du auch du auch und du auch so wunderbar gehen wir hier hinten weiter dann würde es ja dahin gehen Autsch dann dann Also die Sumpftrolle sind ganz schön heftig, muss ich sagen. So. Ausgezeichnet. Und hier bitte mal auf Wiedersehen. Wunderbar. Zack, zack, zack. Vielleicht sollte ich mal meinen Mana auftrainieren. So einfach so. Weil ich ja eh immer so viel Mana benutze. So. So. Ja wunderbar. Dann würde ich doch hier sagen, gehen wir mal da nach da oben. Ach so. Ja, da war ja die goldene Truhe. Würde ich mal da hingehen. Ach, angeln möchte ich jetzt nicht schon wieder. Habe ich erst letztens gemacht. So. Und dann würde ich mal ja hier hingehen. Und auf Wiedersehen, mein kleiner Ödholz. Quest abgeschlossen. Ja wunderbar. Ja wunderbar. Ich schiele mal auf die Uhr und gucke mal wie viel Zeit es ist. Eigentlich. Genau. 6. Alles klar. Ich würde trotzdem ganz gerne mal gucken. Ja, passt schon. Also eigentlich könnte ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Aber auf der anderen Seite muss ich es auch nicht zwingend jetzt tun. Ach da. Ja. Super. Boah, dann schauen wir mal was wir hier noch so finden. Aber es ist schon ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Ich meine, ich habe natürlich mit Sicherheit total bescheuert gelabelt. Aber das macht ja nichts. Ich könnte echt mal mehr Punkte auf Mana verteilen. So, auf Wiedersehen. Da unten ist auch schon erledigt. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Ich kann nicht mehr fragen. Ich kann nicht mehr fragen. Ja, wissen wir jetzt langsam. So, ich denke ich mache an dieser Stelle mal. Mein Invental ist voll. Ich mache an dieser Stelle hier mal ein Stadtportal auf. Ach, komm. Tschüss. Da unten war noch einer. So, die Insel hier machen wir noch sauber. Ne, komm, hier bleibt mal. So. Und dann sind wir hier bei Gold. Und dann würde ich jetzt echt mal sagen. So, die gröbste Kacke, die ich auf jeden Fall nicht nehmen werde. Kann man schon mal wegtun. So, das ist der. Magiestöcke nehme ich auch nicht. Der sowieso nicht. Ne, der auch nicht. Der auch nicht. Und bei dem weiß ich es noch nicht. Na, das sieht mir jetzt erstmal nicht danach aus. Dann würde ich sagen, hier du, du, du. Du, du und du. So. Schauen wir mal weg. 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 Heieiei. Aber nur, wenn es Wildwald ist. Das ist zumindest von der Rüstung her besser. Und Körperpanzer, der kann auf jeden Fall auch weg. So. Und mit dir. Kann weg. Zack. So. Und dann würde ich an dieser Stelle hier doch mal sagen. Wir gehen mal zurück in die Stadt. Oder in das imperiale Lager. Wir gehen mal zurück in das imperiale Lager, um mal in unserem Inventar ein bisschen aufzuräumen. So. In unserem Inventar räumen wir ein bisschen auf. Allerdings machen wir das außerhalb der Aufnahmesitzung, denke ich. Ähm. Weil ich jetzt hier einfach mal ein bisschen durchchecken werde. Und wir sehen uns dann wieder im, in diesem Wildwald oder wie das Ding heißt. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. Ich glaube, das ist einfach das Einfachste und das Angenehmste. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.